26. Katharina Grunke stellt Waldmaus vor. Der Tag ist 3. Untertitelung des ZDF, 2020 und der Tag ist 3. Untertitelung des ZDF, 2020 und der Tag ist 3. Untertitelung des ZDF, 2020 und der Tag ist 3. Untertitelung des ZDF, 2020 und der Tag ist 3. Untertitelung des ZDF, 2020 und der Tag ist 3. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und der Tag ist 3. Untertitelung des ZDF, 2020 und der Tag ist 3. Jetzt müsste sie doch langsam mal zu Hause sein, oder? Warum? Das Ziel. Ah, nee. Da schon die verreitet sich wieder. Links oder rechts ist ja egal, ja? So, Katharina, hier, diesen kleinen Pony, aber ein extrem energisch und fleißig adoppierendes Pony mit einer Reiterin, die mit dem Takt des Pferdes auch sehr gut zurechtkommt und sich damit auch so richtige Lösungen gefunden hat. Auch wenn das Pony auf dem hohen Tempo, die Sprünge minimal unterläuft, wird der Rhythmus nicht unterbrochen. Das ist hoch anzurechnen. Sie reitet aktiv am letzten Leben, die Achtung quasi weiter. Es war hier so eine kleine Navigationsstörung Richtung dem Knick bei den beiden Gräben, aber auch da blieb sie in der Zeit 8,5.